Wir sind in der finalen Welt von Nightmare Mario Bros. Wii angekommen und die Level eskalieren jetzt komplett. Von absolut riesigen Bonsai-Builds, die das komplette Ziel blockieren und wir auch kein Item haben, um irgendwie in diesem Moment auszuweichen. Bis hin zum kompletten Gegnergesperm mit diesen Langviechern hier. Friendos, auf geht's in die finale Welt. Über ein Jahr ist es nun her. Nightmare Mario Bros. Wii geht in die nächste Runde. Beziehungsweise das hier ist die allerletzte Welt, die Mairou erstellt hat. Und Freunde, was soll ich sagen? Lange ist es her. Ich habe böse Bock, die fünfte Welt zu spielen. Denn sehr lange wurde diese Welt nicht veröffentlicht und rein geht's. Nightmare Mario Bros. Wii, der legendärste und beste Trollhack aller Zeiten. Auf geht's ins erste Level der fünften Welt und wir gucken einfach mal rein. Ja, guck mal, das erste Level beginnt doch schon mal. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Sound? Was zum heiligen Mimbanius ist das für ein Sound? Ich weiß es nicht. Also wir sehen schon mal die erste Starcoin plus ein D. Ich habe aber keine Ahnung, was das D bedeutet. Also wir müssen auf jeden Fall nach links laufen, so vom Ding her, schätze ich mal. Oh, hey. Toadie, wie geht's dir eigentlich so? Also ich frage für ein Schulprojekt. An der Stelle. Ich weiß es nicht. Dieses Level sieht schon komplett broke aus und ich liebe halt alles daran, ne? Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wie genau wir jetzt in irgendeiner Form in die Röhre kommen. Es geht tatsächlich gar nicht in die Röhre. Die Röhre ist fake. Aber was wollen wir jetzt nach links laufen? Es geht nicht nach links. Okay, der Pfeil ist einfach fake. Ich verstehe. Also tatsächlich ist es so, dass die Edition leider nicht mehr ins Deutsch übersetzt worden ist, da Miro so an sich selber viel zu tun hat, beziehungsweise die Hackerstellerin. Aber das soll ja auch gar kein Problem sein, weil auch die englischen Rätsel werden wir heute definitiv lösen. Bro, was ist das schon wieder? Das ist schon wieder die pure Eskalation und ich habe keine Ahnung, was das genau darstellen soll. Ich weiß es nicht. Aber weg mit dir. Tschüss. Okay, lieber Toad da oben. Wir werden halt safe Damage bekommen, oder? Vor allem da, die sogar eine Hitbox haben. Wow. Okay. Wow. Ja, shit. Warte mal. Das kriegen wir hin. Einmal Damage boosten, die Eisblume mitnehmen und zack, zack, zack. So macht man das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich nur, wie wir wieder an die Starcoins rankommen, beziehungsweise an die erste Starcoin, die wir gerade gesehen haben. Geht's hier oben entlang? Schade. Ich dachte, vielleicht ist dort irgendwie eine Art Sub-Area oder so. Wow. Also ich finde dieses Level aktuell sehr, sehr verwirrend. Vor allem... Junge, ist das ein riesiger Bolzen? Das höre ich nicht so oft von Frauen, was? Okay, kein Problem. Junge, zieht euch dieses Ding mal rein. Das Ding ist echt riesig. Das kann man nicht anders sagen an der Stelle. Okay. So. Bro, es war so klar, dass das passieren wird. Die Frage ist jetzt natürlich... Guck mal, es geht hier rein. Aber warum geht's hier rein? Einfach so. Und es kotzt mich zutiefst an, dass es einfach so hier reingeht. Vor allem, wo sind die Mittelflaggen? Die... Okay, die erste Mittelflagge. Bitte verreckt mich. Mario, sehr gut gemacht. Was ist das für eine Figur in der Mitte? Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, was genau wir hier in der Mitte sehen. Kein Plan. Und wir haben tatsächlich bisher auch keine Starcoin entdeckt und es ist ziemlich ärgerlich. Was ist das? Wow, Bowser, hi. Und hier ist überall ein D. Aber Bro, warum ist hier überall ein D? Hot Cross Bun. Okay. Keine Ahnung, was genau das jetzt bedeuten soll. Wow, ho, ho, ho. Junge, ich mach den Michael Jackson in der Luft. Ich liebe alles daran. Keine Ahnung, ob das richtig ist, was wir gerade tun. Das sieht aber gar nicht mal so falsch aus an der Stelle. Wow, 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 wow. Okay, ich seh schon... Ich seh schon hier das Schicksal. Es war irgendwie klar, dass das passieren wird. Also irgendwie ja. Junge, diesen Spirit... Ich wollt grad sagen, diesen Spirit hab ich sehr stark vermisst in diesem Level. Beziehungsweise in diesem Hack wollte ich eher sagen an der Stelle. So, weg mit euch, ihr Drecksdinger. Eigentlich seid ihr voll cool. Ich wollt euch nicht beleidigen. Sorry dafür. Also, ne Mittelflagge wär auch gar nicht mal so bad. Guck mal, das ganze Ding ist irgendwie durchgängig. Bowser ist fake. Es war klar. Nein, what the... Fake kick high. Ey, Freunde, ich hab keine Ahnung. Ich versuch wieder die Michael Jackson zu machen und einfach hier oben entlang zu düsen. Alles andere ist mir sowas von egal in diesem Level. Warum ist das eigentlich so ein Fiebertraum hier oben? Oh, jetzt geht's wieder runter. Ja, es war klar. Ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Einfach draufbleiben. Ah! Oh nein, Peach! Nein, warum ist ein Peach random da? Okay, okay, Peach, ich rette dich. Oder ich rette dich nicht. Okay, Peach, ciao, Peach. Warum kann ich nicht zu Peach meiner Holden Might? Ist das Level jetzt vorbei? Ich check dieses gesamte Level halt gar nicht. So, keine Ahnung, was muss ich tun? Das Level kann doch nicht vorbei sein. Also, vor allem am Anfang war halt noch so ein Weg da. Also, I don't know, man. Was ist das jetzt für eine Röhre? Ey, wenn jetzt... Oh, nee, ich muss das gesamte Level von vorne spielen, oder? Bro, halt dein Maul. Das war sogar die zweite Starcoin. Junge, wie random ist das denn, bitte? So, warum ist so random am Anfang hier die zweite Starcoin? Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Aber, wenn wir schon mal hier oben sind, ist irgendeine dieser Röhren begehbar? Natürlich nicht. Das war ja irgendwie klar, ne? Klar, wie Klos, Brüder, Freunde. Ja, aber spätestens jetzt machen wir den Schuh so wie Kanye, würde ich sagen, oder? Oh, mein Gott. Bro, was ist dieses Level? Freunde, ich hab absolut gar keinen Plan, was dieses Level ist. Ah, ah. Ha, 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 ja. Junge, was war das für ein Move? Ich frage mich halt, wie man ins Ziel kommt, ne? Du kannst ja... Ah, scheinbar nicht reinspringen. Oder wenn man ganz schnell ist? Nee. Ja, aber wie versteckt man sich denn vor diesem Vieh? Also, brauche ich wirklich ein Item am Ende? Alright, Freunde der Sonne, wir haben's geschafft. Diesmal, klar, wir werden klein, aber schaffen wir auch gleichzeitig dieses Level. Und das hat sich irgendwie ziemlich gezogen, muss ich sagen. Wie ein Kaugummi unterm Schuh, aber natürlich kein Problem für uns. Digi, was war das bitte für ein Level? Das hat's auf jeden Fall in sich. Okay, mal gucken, wie es weitergeht hier in Nightmare Mario Bros Wii. So ein paar Level gibt's ja noch hier in der fünften Welt. Und daher gucken wir uns den restlichen Bums nochmal an, Bro. Natürlich muss das jetzt so weird verteilt werden. Okay, liebe Piranha-Pflanze, was hast du auf dem Kasten? Okay, das geht ja eigentlich noch, oder? Nur das Ding in der Mitte ist ziemlich schnell. Ja, okay, es geht eben nicht. Wir wurden jetzt böse Hops genommen. Naja, ähm... Ja, wir haben voll das dicke Problem. Also bewegt sich das Ding... Man, das kann doch nicht im Ernst sein. Kein Plan, müssen wir die eventuell bewerfen? Oder wie genau soll das funktionieren? Bro, das war ein richtiger Fail, Alter. Der nächste, wo führt's? Hey, wir müssen die wirklich so bewerfen, okay. Das ist ein sehr interessantes... Wow, 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 Level-Prinzip. Okay, cool, kein Problem. Leider haben wir ein Geschoss schon verloren. Aber ey, das passiert mal mitten in der Schlacht, muss man einfach mal so sagen. Und zack, und dann haben wir's jetzt, ne? So, alles eingesetzt. Nein! Ja, und jetzt? Die Truhe ist weg. Die fricking Truhe ist in die Mitte gefallen. Was soll man denn da tun? Junge, was soll ich machen? Wir haben ein sehr dickes Problem. Ja, kein Plan, was wir machen. Also, du kommst ja an diesem Drecksding nicht vorbei. Also, ich bin komplett ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Muss ich eventuell einfach schnell genug sein, um am Ende irgendwie, weiß ich nicht, der Truhe entgegenzuspringen? Na, tolle Wurst. Das ist mein Geschütz da drauf. Moment. Oh Mann. Okay, jetzt in die Mitte. In die Mitte. Ja, jetzt verstehe ich das. Man muss im richtigen Timing den letzten Tod aufsammeln, damit die Truhe auf diesem Ding in der Mitte landet. Bro, ist das brutal. Okay, im richtigen Augenblick, wenn das Ding in der Mitte ist. So, warte mal, dann probieren wir es jetzt. Yay! Ja, haha. Ah, Schugel, war das eine schwierige Geburt, vor allem ich habe Ewigkeiten gebraucht, um das zu checken, wie genau man das löst. Aber natürlich, im richtigen Timing, damit die Truhe gut landet. Perfekt. Also, zwei weitere Level haben wir zur Verfügung. Einmal das obere Level und einmal das untere Level. Ich würde sagen, wir starten mit dem oberen Level. Ist das 5-2? Ja, let's go. Also, 5-2. Wowoho. Die Wriglar sehen gar nicht mal so gesund aus. Also, ich glaube, wenn mein Kopf so aussehen würde, würde ich vielleicht früher oder später mal den Arzt besuchen. Aber das muss ja jeder Wriglar für sich selber wissen. Hallo! Der erste Starcrime war ganz in Ordnung. Okay. Ich frage mich, ob wir heute auch wieder so krasse Rätsel bekommen, die wir lösen müssen. Dadurch zeichnet sich dieser Hack hier unter anderem sehr stark aus, nicht wahr? Okay, nächstes Level. Wie gesagt, sieht aktuell eigentlich in einigermaßen alles human aus. Kann aber auch sein, dass wir uns natürlich wieder täuschen. Man munkelt an der Stelle. So. Ja, wie kommen wir jetzt hier vorbei? Das ist die Frage, die man sich stellen kann, nicht wahr? Warte mal, da oben wahrscheinlich. Guck mal, wenn wir jetzt zack so einen Bandsprung... Hallo! Daneben nicht. Okay, okay, okay. Voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung, dass wir da nicht... Ey, Bro, was muss ich tun? Ich bin jetzt schon am Ende. Guck mal, es geht hier nicht lang. Also, hier ist irgendwie eine unsichtbare... Ey! Okay, doch. Ich dachte, dass da eine unsichtbare Decke wäre, aber kein Problem. Junge, das gesamte Level ist einfach alles eingesperrt. So, das ist das gesam... Gesamte Level ohne Wriglar. Bro, wie schaffen wir diesen nächsten Sprung, bitte? Also, klar, man könnte bestimmt irgendwie die Fledermaus nutzen. Oder man nutzt so einen wunderbaren Wandsprung, nicht wahr? Was haben wir da oben? Also, liebe Fledermaus, ich brauche dich einmal auf süß. I need your love. I need your time. Okay, dann war es eben nicht die Fledermaus, wenn die Röhre da oben ist in Ordnung. Ich meine, wir haben ja auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich brauche dich aber... Brauche ich... Wie komme ich denn jetzt da hoch? Mit einem Dreisprung? Dann gucken wir uns mal den anderen Bums so ein bisschen genauer an. Mit einem Freedom! Ich habe da was gesehen. Ui, das ist geil. Okay, das ist wirklich ein machbares Level. Worüber ich gerade sehr, sehr froh bin, dass das so machbar ist. Bin ich ehrlich. Hey, Junge, endlich mal ein entspanntes Level mit allen Free Star Coins. Das Leben ist schön. Wenn das Leben immer so schön wäre, dann wäre das Leben einfach schön. Versteht ihr, warum ist hier nur so eine Truhe am Ende? Ey, wir haben das Level aber jetzt so absolviert, oder? Das Level ist jetzt zu Ende. Also, wir haben das Level geschafft, oder? Yeah! Alles andere hätte mich auch ziemlich tierisch aufgeregt. Okay! Jetzt kommen wir aber nicht mehr zum anderen Level. Das ist ärgerlich. Naja, gucken wir uns erstmal das Itemhaus ein bisschen genauer an. Hey! Feeling lucky? Step right through the door to win some items, ja? Ah, einen Minipilz brauchen wir diesmal, um hier vorbeizukommen. Okay, ist voll in Ordnung. Mal schauen, was wir mit den Minipilzen finden werden. Der Minipilz ist ja auch hin und wieder mal ein sehr, sehr wichtiges Item, nicht wahr? Okay! Hey, das ist gar nicht mal so groß. Das geht ziemlich weit nach oben, okay? Wie weit geht's nach oben? Wir gehen aber von oben nach unten, in der Hoffnung, dass es irgendwie... So, fangen wir hier unten an, in der Hoffnung, dass wir genügend Sachen finden. Yeah, ein wunderbarer Minipilz. Noch ein Minipilz, okay? Das nimmt uns schon keiner mehr. Also, in der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Eigentlich hoffe ich sogar relativ früh darauf, dass wir jetzt, äh, Bowsers finden, weil, wie gesagt, ja, geil. Spätestens da oben haben wir ein klitzekleines Problem. Also, dementsprechend müssen wir alles mitnehmen. Okay, die Zeit wird immer schneller. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir einen Minipilz haben. Yay! Okay, wir haben ein Item rausgeholt, und zwar den Legendary Minipilz. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Kann man mitnehmen. Ja, aber der Weg hat sich hier leider nicht freigeschaltet. Dementsprechend müssen wir schon direkt zu der Burg gehen. Ich weiß nicht, ob das so cool wird mit dem Minipilz. Aber, ey, ist in Ordnung, das machen wir schon irgendwie. Oh, wir starten auch direkt am Ende des Levels, so gesehen, mit einer riesigen Mittelflagge, die da so ist. Ich hab irgendwie diese böse Vorahnung, dass wir das gesamte Level irgend... Oh! Okay, unsere Aufgabe ist es höchstwahrscheinlich, danke erstmal für den Pilz, liebes Spiel, alle roten Ringe zu finden, nicht wahr? Die Frage ist natürlich, wo die roten Ringe so sind, ne? Die Frage, die man sich, glaube ich, mal so stellen kann. Und dementsprechend müssen wir uns alles angucken, nicht wahr? Ja, 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 ja. Die erste Starcoin! Das lief gar nicht mal so gut, wie ich es mir vorgestellt hab, voll in Ordnung. Kein Problem, Starcoin number one! Kacke! Oh Mann! Wenn man zu wenig Speed hat, ja, geschafft! Woohoo! Okay, ja, ich seh den Trampolin nach oben und das wird, glaube ich, gar nicht mal so gut werden, ne? Ist in Ordnung, es ist vollkommen in Ordnung. Hallo Mario, kannst du das bitte mitnehmen? Und geht das nicht unter Wasser? Kann ich unter Wasser keine Sachen tragen? Das ist weird. Aber irgendwie funktioniert es tatsächlich nicht. Dementsprechend lassen wir das Trampolin einfach mal da. In der Hoffnung, dass uns das irgendwas bringen wird. Oh oh, ich ahne, ist es? Na? Ich glaube, ich werde safe sterben. Nee, man kann sich retten! Yay, geil, es wird funktioniert! Shit, 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 shit. Ah, nee, doch nicht. Man kann hier durch. Hier ist eine Lücke. Die Frage ist, wie tief geht dieses Level noch? Oder was genau passiert hier? Ist dieses Level quasi wie ein Iceberg? Und geht immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Man munkelt. So, wir sehen dort auf jeden Fall schon mal den zweiten roten Ring, der essentiell ist, um dieses Level zu schaffen, nicht wahr? Oh, hey, hey! Und auf jeden Fall werden wir schon beschossen an der Stelle, ne? Was will man mehr? Zack, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja, ich glaube, das Item zu bekommen wird gar nicht mal so einfach. Ah! Über den Pilz will ich schon mitnehmen. Bitte, Pilzi, fall smart runter! Be smart! Work smart! Don't hurt! Dankeschön, Pilz! So, eine Starcoin fehlt uns noch und dann haben wir den Bums hier auch. Komplett, ne? Das wäre fresh as... Ja, ihr wisst schon. Fresh as Fluck wäre das, Freunde. Fresh as Fluck. Okay, letzter rote Ring und dann ist oben der Weg frei. Und dementsprechend können wir eigentlich wieder... Ja, wir müssen wieder nach oben. War ja irgendwie klar, ne? Tausend Pfeile und... Okay, cool. Danke für den nächsten Pilz-Liebespiel. Okidoki, Artichoki. Äh, da unten links ist das Ding. Geil! Okay, 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 okay. Letzte Starcoin und jetzt ist unsere einzige Mission, Leben nach oben zu kommen. Das muss doch machbar... Bro, ich hab komplett umsonst meinen, äh, Pilz weggeworfen. Aber ey, ne? Es passiert dem Besten, dass man solche Fehler begeht. Und guck mal, ganz ehrlich, Anfänger brauchen einen Pilz für den Endboss hier in der ersten Weltbestimmung. Wir sind keine Anfänger. Wir sind Profis. Äh, alle sagen das oder so. Wie kommt das Level ultra bekannt vor? Ich bin mir grad unsicher, ob wir das schon mal so ähnlich in, äh, Nightmare Mario Bros. Wii hatten, nur ohne Wasser. Und ich glaub, deswegen sind hier schon fast die Trampoline, äh, Trampolons überall, nicht wahr? Junge, das geht ganz schön weit nach oben. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Okay, diese Dinger sind teilweise auch gefährlich, weil die komplett von links nach rechts gehen. Okay, jetzt müssen wir nur noch nach rechts. Und zack, Carino, dort haben wir auch eine Mittelflagge. Allerdings auch nur drei One-Ups. Aber zack. Okay, wir sind hier beim Boss angekommen. Und die Frage ist natürlich, was genau erwartet uns in diesem Boss-Fight? Also, auf geht's, was das ganze Tag Nightmare Mario Bros. Wii spielen ohne Progress, das machen wir. Okay, irgendwie ist es ein Unterwasser-Level und irgendwie nicht. Oh, nein. Oh, 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 oh. Das macht es, das macht es schwer. Das macht es richtig schwer, diesen Boss hier zu besiegen. Okay, wir bleiben mal hier auf der linken Seite. Vielleicht ist das sogar eine smarte Taktik. Zumindest um hier schon mal random auszuweichen. Okay, zack, Carino. Wir haben schon mal das zweite Leben. Ah, da hab ich mir eine blöde Ecke rausgesucht. Da hab ich mir eine richtig blöde Ecke rausgesucht, wie es scheint. Okay, und runter, 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 runter. Ja, wuhu. Okay, das war im ersten Moment knifflig. Aber wir haben das trotzdem gut gerockt, würde ich sagen, diesen Boss-Fight. Da haben wir dich, Hops, Reno, genommen. Arrivederci. Und dementsprechend können wir uns auch das andere Level ansehen. Also, ein paar Level erwarten uns tatsächlich noch hier in der fünften Welt. Mal schauen, wie es wird. Dann schauen wir uns diesmal Welt 5 Level 3 an, nachdem der Weg uns vorhin versperrt war. Auf geht's, ne? Das ist das Besondere, finde ich, immer so im Gegensatz zu... Bro, was passiert jetzt schon wieder? Bro, okay, ist enough. Das Besondere im Gegensatz zu Mario Bros. Wii ist... Dass die Level keine Namen haben. Ja, haha. Yeah, we made it. Okay, die haben einen sehr, sehr... Das kann nicht sein. Weirden Rhythmus. Okay, jetzt geht's hier auch noch... Bro, was ist dieses Level? Es war so klar, dass das passieren wird. Okay, wir müssen hier den passenden Rhythmus finden. Und das ist gar nicht mal so einfach, wie ich persönlich gerade finde. Oder wie man das auch hier eigentlich ganz gut beobachten kann. Bitte bewegt euch alle nicht. Mann, warum bewegt euch denn alle so schnell? Okay, guck mal. Hier konnte man die gesamte Reihe erledigen. So, dass man hier auf jeden Fall ein bisschen... Wow. Okay, warte mal. Wir konnten hier rüber. Und vielleicht können wir dich nutzen, um dich... Nein, dagegen zu schießen. Verdammt. Guck mal, dieser Koopa da drin. Der wäre die Lösung. Er wäre die Lösung, so vom Ding her. Okay, guck mal. Hier bewegen sich in Anführungszeichen nur zwei. Wow. Okay, einen Koopa konnte ich mir mitsnacken. Und jetzt sage ich... Hasta la vista. Woo. Okay, jetzt ist nur noch der eine da. Danach kann ich mir den roten Koopa snacken. So, auf süß kann ich mir den dann snacken. Okay, so, zack. Er ist auch weg. Ist jetzt wichtig, vielleicht noch die zu erledigen. Ha! Oh, nein. Okay, alles gut. Kein Problem. Das machen wir schon irgendwie. Hasta la vista, baby. Und jetzt schnell rüber. Ha, hi. We made it. Guck mal, das haben wir doch gut gerockt, würde ich sagen. Starcoin number one. Mehr oder weniger ein Geschenk. Okay. Okay, was geht bei dir, du Drecksrandviech? Geil, dass es hier auch keinen räudigen Pilz gibt so im gesamten Level, ne? Das ist schon ziemlich... ...ärgerlich und crazy, wie wir das jetzt gemeistert haben. Der erste Pilz im Level. Erster Savepoint. Und ich sehe da auch eine riesige Armada von diesen Viechern. Und da genau dafür haben wir jetzt, glaube ich, die Feuerblume bekommen. Denn das sieht auf jeden Fall nach einem guten Secret hier drunter aus, nicht wahr? Geile Meile. Mal gucken, was da drin ist. Okay, das schießt uns nur nach... Oh, wow. Nein, die Feuerblume. Puh, das kann ich denn gar nicht ernst sein, oder? Okay, das bedeutet, man muss, glaube ich, im richtigen Augenblick einfach nach oben ballern, ne? Ist mir egal. Komm ich jetzt ohne Dam... Okay, mit Damage Boost bin ich ja durchgekommen. Wir sind wieder am Anfang des Levels. Das kann nicht sein. Okay, kein Problem. Wie kommen wir hier durch? Junge, halt dein Maul. Da muss man eine Bombe durchwerfen. Okay, um das im richtigen Augenblick, ohne dass sein Drecksbein... Oh, oh. Dazwischen. Kriegt man die irgendwie weg, Mann? Wir müssen echt hier reinschlüpfen. Nein, wir erledigen jetzt diese Drecksviecher. Die muss man... Da muss man ja irgendwie rankommen. So, zack, zack. Geht weg mit euren hässlichen Beinen. So, bam. Junge, das war eine schwierige Geburt. Kannst du bitte ein bisschen näher an die Wand und an das Freisprengen, bitte? So, wir machen jetzt so einen Wurf. Ja, das ist es. Geil. Okay, Starcoin Nummer zwei. Check. Okay, weiter geht's. Kein Problem. Nightmare Mario Bros. Wii ist absolut kein Problem. Alle sagen das. Okay, was geht bei euch Süßen da oben? Ich will es ehrlich gesagt... Nein. Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Ja, scheiß drauf. Ja, wir müssen durch Damage boosten. Und da habe ich leider verkackt. Geil. Man muss doch irgendwie da rankommen. Oder? Nee. Bro, keine Chance. Alter, WTF? Sind das nervige Viecher? Holy Crap. Gut. So, das Risiko geben wir ein. Oh, das war so dämlich. Ich werde hier nie... Ich werde hier nicht lebend rauskommen. Keine Chance. Du wirst da nicht lebend rauskommen. Okay. Alle sind weg. Starcoin eingesammelt. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass der Spaß... Die kommen nicht rüber, oder? Ey. Hört doch mal auf. Hört auf. Uff. Okay, kein Problem. Einfach hier entlang, in der Hoffnung, dass wir nicht attackiert werden von diesen Drecks. Mann, das kann... Wie viele leben denn von euch? Nein. All right, all right, all right. So. Diesmal sind wir sogar noch als Feuer Mario unterwegs. Und dementsprechend sollte das Level uns jetzt am Ende gar kein Damage mehr geben. Alle Starcoins eingesammelt. Super nerviges Level bisher. Ay, karamba. Ist in Ordnung. Es ist vorbei. Der Spaß ist vorbei. Wir haben das Level abgeschlossen. Sogar mit einem Run-Up zusätzlich am Ende. Das war definitiv eine schwierige Geburt. Weiter geht's. Im nächsten Part, denn die fünfte Welt ist wirklich so lange eine Aufnahme gewesen, dass ich mich dafür entschieden habe, das Ganze in zwei Parts aufzuteilen. Und wenn du bis dahin gar nicht mehr warten kannst, findest du hier auf jeden Fall einen weiteren Part von Nightmare Mario Bros. Wii. Und hier einmal die komplette Playlist. Zieh dir das Projekt rein. Das ist wirklich einmalig gewesen.